Der Bundesligaalltag ist wieder da. Beim FC Augsburg hat man sich unter der Woche intensiv auf das nächste Spiel vorbereitet. Zum Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf gab es trotz eines sehenswerten Freistoßtreffers von Jonny Schmid eine unglückliche Niederlage. Jetzt steht gegen Borussia Mönchengladbach das erste Auswärtsspiel im Jahr 2019 an. Dass die im Moment da aufs Parkett liefern, das ist sensationell. Vor allem ist Gladbach unfassbar schwer ausrechenbar, weil die ja sowohl mit Ball als auch dann, wenn sie gegen den Ball arbeiten und umschalten, unfassbare Qualität haben. Einer, der die Fohlen-Bests kennt, ist Andre Hahn. Der 28-Jährige stand zwischen 2014 und 2017 bei der Borussia unter Vertrag und weiß um deren Stärken. Er ist natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft, die zu Hause noch keine Punkte gelassen haben. Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, ganz klar. Wir sind aber gut gewappnet, wir haben uns gut darauf vorbereitet und wir werden schon Lösungen und Mittel und Wege finden, die zu knacken. Die Gladbacher sind mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen gut in Form. Aber auch hier hat man gute Erinnerungen an die Zeit mit Andre Hahn. Andre war immer ein super Typ hier gewesen, auch haben wir uns gut angefreundet. Man freut sich natürlich, wenn man so Leute dann wieder sieht. Ansonsten ist er ein guter Fußballer auch. Er wird es uns bestimmt nicht einfach machen, wie die ganze Augsburger Mannschaft. Ich denke, es kommt eher so ein hart umkämpftes Spiel auf uns zu, wie es gegen Augsburg schon öfter der Fall war und das müssen wir einfach annehmen. Zurzeit stehen die Gladbacher auf Platz drei der Tabelle, direkt hinter Dortmund und den Bayern. Beim FC Augsburg kehrt Raneke Dierer nach seiner Gelbsperre gegen Fortuna Düsseldorf wieder zurück in den Kader. Es ist gut, dass ich jetzt am Anfang die Gelbsperre schon abgesessen habe, von dem her hoffe ich, dass ich jetzt die nächsten 16 Spiele fit und gesund bin und dementsprechend alle Spiele absolvieren kann. Die Fuggerstädter wollen gegen Gladbach unbedingt wieder punkten und arbeiten deswegen intensiv auf dem Trainingsplatz. Andre Hahn nimmt sich auch selbst in die Pflicht und möchte an seine Torjägerqualitäten aus vergangenen Zeiten wieder anknüpfen. Ja, aber ich bin einfach nicht torgefährlich genug gerade. Ich komme nicht in diesen Bereich, um die Tore machen zu können und da muss ich wieder hinkommen. Da müssen die Bälle hinkommen, da muss ich aber auch echt erstmal wieder hinkommen und die Chancen zu nutzen und daran arbeite ich gerade. Am Samstag heißt es dann weder als Team zusammenstehen und mit vollem Einsatz in Gladbach punkten.